Ich fahre nicht vielleicht, ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Wo steht denn der Eid? Kann ich ja nicht auch machen. Der Eid? Ok, jetzt gehen wir erstmal hin. Wie wird Gipsen? Nur Leichtheben. Schrauben wir noch einmal ganz kurz zu. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In die Bibliothek. Na, nach Hause. Na, nach Hause. Nächste Woche in Kiew. In die Bibliothek. In die Bibliothek In die Bibliothek. In die Bibliothek. In die Bibliothek. Vielleicht darf ich Ihnen sagen, dass das große Freude ausgelöst hat, als wir das da in der Sitzung, ab. Also jetzt unconnected. Ja. Die. Angriffe. Angriffe.